Es ist nun also soweit. Alle Gruppen tragen ihren Krimi vor der Klasse vor. Genau. Und die Zuhörer geben ein Feedback, das danach an die Gruppen zurückgeht. Aha. Letzte Gelegenheit also, dem Krimi den allerletzten Schliff zu geben. So ist es. Denn in der nächsten Station kommt bereits die Audioaufnahme. Also wird auch diese Station für uns Krimi-Fans ein Hochgenuss. Genau. Und wir werden es geniessen, mein lieber Holmes. Dazu vielleicht ein Glas Rotwein? Well, I prefer tea, my dear. Ja. 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 Ja.